Ja, seid gegrüßt meine Freunde. Willkommen zurück auf unserem Kanal Movie Stars Time Machine. Im heutigen Video zeigen wir euch eine Kult US Action Komödie aus den 70er Jahren. Ein ausgekochtes Schlitzohr mit Burt Reynolds. Die Veränderung der Hauptdarsteller und einiger Nebendarsteller von damals 1977 zu heute im Jahr 2023. Ja, lasst auch gern noch ein Abo da und unterstützt somit unseren Kanal. Vielen Dank. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.